ganz oben, ja ganz oben ist sie ist tot, hab ihn ich bin der dennis und ich weiß dir wieder drei schuss ich sehe der kommt auf mich zu haben mitbekommen haus hat noch zomber agro hab ihn ist ich bin fast tot vorsichtig, steppt noch was mehr der guck dir, der guck dir, das war der Bambi, der ist hier direkt ich schieße auch wieder, alles gut hab ihn ist tot es geht boom, 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 boom hast du das, Flo? nein ok oben 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 ne unten hier bei mir juuu die schmeckt ha 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 hier am boden auf dem boden, ja anlegen ich leg den schlüssel einfach hier auf den boden ja pingeln sonst nochfalls wenn du mir merken kannst, ungefähr warte mir gegen die tür hier ist jemand drinnen ja das ist er das ist der base inhaber hab ich gesteppt aber naja bringt mir auch nichts ey, du hast die Segen jetzt drinnen ich versuche jetzt das Tier noch wegzunehmen hier tot hab ihn der ist ganz nah ja den an der Päcke tot, hab ihn AFZ Gorka oh, wenn wir nach Gorka wollen, laufen wir direkt ne Spieler vor mir hast wo der ist in den Wald gerannt ja, ich sehe hab ihn oh mein Gott Survivor 3 kann ich alleine sein ein ATC sieht also das da hab ich abgeguckt das sieht clear aus das da Spieler Spieler, kommt auf mich zu direkt am Front 20 Meter ist tot die Barrett der hat auch mhm, Svetlow würde ich sagen wirklich 5 Kilometer hab einen nice äh kommst du, bist du jetzt schon auf dem Publens drauf langsam? ne, warte ach du scheiße noch ein Spieler hinter mir wir müssen beim Hackengas geben hallo hallo kannst du sprechen? dude yo kannst du mit mir sprechen? hallo du musstest ihn sehen können über das Fenster vielleicht kommt einer hat mich auch gesehen was, bist du tot? nein, nein er ist rechts im Raum hab ihn, ist tot wir haben alles wir haben alles, so hier, genau an meinem Ping genau an meinem Ping ich hab ihn, so was ist halt der hängt dort dumm hinter der Ecke so hab ich auch öfters mal aber dreckig eh so was ist denn nicht hier? hopp hopp oh mein Gott, hat der mich erschrocken, Mann oh, ich hasse sowas er hat mich so erschrocken hmm oh Mann ey ich bin so zusammengezogt guckt oh hier ist eine Leiche bei mir ping mal das heißt, der könnte hier sein auf der Farm Spieler da, auf ping wo? auf ping da ist sie ist die nächste getroffen hab ein Dritt hab auch einen ja damn oh, bei mir ja Jay ich bin da ich seh dich gleich glaube ich er hat direkt klossen ja, ich sehe ich sehe sie hat Hit hat Hit er hat einen gefressen auf jeden Fall Jay hab ihn hab ihn ja, hab gesehen hier ist einer bei mir drinnen fuck, direkt unter mir hier sonst haben wir Agro da ist jemand drinnen auf jeden Fall getradet ah getradet ah getradet ah getradet shit shit gut passt passt ich bin da in der Baum hab ihn 10 wo? wave 1 markiert direkt im Busch oben drinnen schwarz angezogen hab ihn in den Beschuss genommen hat einen Hit hat einen Hit jawollo, ich hab ihn du hast ihn 4x31 wert dankeschön danke bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal